Morgen. Bisschen zerkudelt sich aus. Weil, da war mein Schlaf-Area. Ich bin mitten in der Wood aufgewacht. Ne, nicht ganz. Auf dem Parkplatz vor dem Baldig-Otel. Und wisst ihr, was jetzt erstmal gibt? Gäppchen. Da. Gaffelgaffel, also Cappuccino besser gesagt. Aber, guck mal. Ich hab heute schon mein Jute-Tanto versaut. Guck mal. Nergere ich mich voll. Ich wusste eigentlich, in dem Moment, wo es getan hat, wusste ich, es ist eine Scheiß-Idee. Und das wird dann so aussehen. Wusste ich. So. Aufstehen. Guck mal, es ist die Wall-Toilette. Komischerweise, seit die Wall-Toilette da ist, muss ich nicht mehr. So, an alle meinen guten Morgen. Grüße von der Ostsee. Ja, ich werd die gleich wieder schnappen und mich erfrischen auf mein Body. Reggerte mich jetzt nicht mehr und in die in naturally hoch sabe hat wie